Willkommen bei Moritz gründet einen Friedhof. Nein! Hallo, mein neuestes Projekt ist, einen Bananenschalen-Friedhof zu gründen. Dazu... Ich habe eingegrundet meinen Bananenschalen. Ich habe schon ein paar beerdigt. Also hier können Sie mal... Können die Kamera mal rüber schwenken. Und da sind auch zwei Apfel dabei. Also da können... Äpfel putzen. Genau, und da können wir auch noch andere schalen. Und überhaupt irgendwelche putzen und so. Hinwerben. Putzfrauen und so weiter. Die Naomi putzt doch immer im Klo. Vielleicht hat die ja mal Zeit und Lust. Dann kannst du ja auch mal vorbeikommen. Okay, also dann tschüss. So einen schlechten Eindruck von unserem Bananenschalen-Friedhof. Wir filmen wie wir filmen. Was hast du da? Das ist dreckig, das ist schlecht von der Bananenschalen. Oh mein Gott, das ist ein kleiner Bananen. Hey, hey, hey. Kommt, du kommst gleich zu der Bananen. Halt! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020